hallo leute ich habe die aufnahme aussehen abgebrochen weil die tasten in anu eigene belegungen haben das ganze ding hier echt ist das ganze ding hier echt nur von dem bisschen nahrung hier versorgt werden den den und den eure nahrungsvorräte gehen zur neige soll ich mit der handeln hast du nahrung überfluss naja überfluss 20 tonn kakao ist mangelware ja ich brauche mehr mehr schiffe südstern jawohl kakao und warum ist auf der kakao und stoff egal mir kann es egal sein ich darf die die 7 beschwindigkeit nämlich nicht verwenden wenn ich hier drin bin gewürze sind mangelware so gewürze sind da wo ist das schiff ich habe und ich habe doch ein wird schiff jetzt genau wie schnell bist du wieder voll gewürze sind mangelware ja okay wo ist meine ist mein gewürztransporter bist du der gewürztransporter ja cool du musst erst mal deine leistung verdoppeln eine feuersbrunst blutet in eurer stadt also die niedrigstufigen häuser ja zack 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 das sollst du dich nicht abbeißen sollen nein das schloss macht nur und kosten weg mit dir tabak ich habe keine tabak in sie was zum was ich nicht sogar darauf anbauen da kann ich nur weintraubend aufwand bauen es fehlt an gewürzen da könnte ich zu körper darauf anbauen es nicht okay wie soll ich das schaffen wenn ich kein tabak habe ich werde auch kein ich habe nur mutter verkehr bekommen ja mein was zur hölle sich das schaffen 5.000 100 tabak ich kann es sowieso abreißen ich brauche auch nicht ich nicht ein schiff was extrem viele stoffe liefert weil ich gerade sagen so nachher wo ist der kleine da machst du auch alkohol mit zack ich glaube ich habe jetzt eine ahnung wie man das machen soll ein brand vernichtet eure häuser aber hier ist doch gar nicht eine feuerwehr ich habe jetzt eine idee wenn man das machen soll man startet mit 200 tabak oder sowas eure nahrungsvorräte gehen zur neige ich habe doch nur ein zusätzliches haus gebaut achso der ist jetzt langsamer oder was jetzt mit dem handel ich was schnelleres eure nahrungsvorräte gehen zur neige das ist ja nur tropfen auf dem heißen stein aber es fehlt an nahrung es fehlt an nahrung ja alter halt deine scheiß schnauze so so putze sack yep Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. So. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Es fehlt an Nahrung. Es fehlt an Nahrung. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Die Schmuckdinger kommen nicht. Der produziert Fläßiggold, alles klar. Wo muss ich das Schiff, was hier Zeugs abholt. Mal abfangen. Ich bin gerade so mit dem Micromanagement hier überfordert. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde vermutlich... Ich habe fahrende Händler. Oh Gott, ich habe fahrende Händler. Gib mir und gib mir. Kauf das Zornut auch am vollen Preis. Danke. Und verkauf den Shit. Du bist in Nisum. Alles klar. Ja, ich werde leider Empire at War abbrechen müssen wohl. Es funktioniert einfach. Das Spiel ist... Oh, verdammte Axt. Der muss bezahlt werden. Das Spiel ist gecrashed. Bevor ich abspeichern konnte. Nach dem letzten Part. Und naja. Werkzeug habe ich genug. Ich brauche mehr Kanonen. Ich habe versucht, das wieder herzustellen. Aber es ist einfach... Zu viel Luck. Und zu wenig alles andere. Es ist unglaublich aufwendig und kompliziert, den ganzen Shit zu machen. Kein Wirtshaus. Ihr könnt weg. Ist auch kein Wirtshaus. Überprüft eure Handelsrouten. Zack. Dann bauen wir das dahin. Geld ist eigentlich nicht das Problem, sondern tatsächlich Einwohner. Trotzdem alle Wege. Was braucht ihr jetzt? Neuen Koss. Ja. Ähm. überprüft eure handelsrouten ja das ist eigentlich alles was ich in dem video sagen wollte ich komme nicht damit hinterher das irgendwie wieder herzustellen bauen die sich echt zu aristokraten zu karten aus weil alles andere irgendwie ausreichend abgedeckt ist oder was gott eisen brauchst du oder was ich brauche ein eisendieferant auch noch gott ist nicht auf der hauptinsel was ist das denn ey cool ich hatte das doch du hast gold du hattest zwar eisen aber da kommt mein eisen nicht her du hast auch eisen da kommt mein zwar auch nicht her was mit dir du hast hauptinsel da kommt es nicht her ja hier kommt es auch nicht her hier so daher wird es wohl dann die tage mit dem nachfolgeprojekt direkt wieder weitergehen von und ich werde auch ein paar dementsprechend aus der projektliste löschen weil die technischen schwierigkeiten sind einfach zu groß ja ich wollte den dem wiederherstellen spielstandes in aufnahme nochmals schloss geben ist einfach weil es dann vielleicht besser läuft aber die technischen probleme sind so zahlreich ich habe nicht seine einstellungen geändert ich habe nur einen monat oder so nicht auf einmal zwei wochen nicht aufgenommen oder sowas und zack schon funktionierte nichts mehr alles war ergo wird sich auch aufgrund dieses kleinen problemchens ein schiff wurde fertiggestellt das ist schön da können wir uns gleich darum erzschmerzen der erzstollen ist abgepackt das ist doch hervorragend das heißt ich muss irgendwie einen anderen erzstollen versorgen und aufbauen ganz ganz klar da hi dann baue ich hier gleich auch noch nahrung mit aus wenn ich schon dabei bin hier die bürger eure schnauze hier zeugs hinzuliefern zum beispiel das machen holz reicht nicht auch gut kisten übernimmst die aufgabe jetzt mit das volk bekommt kein baumaterial ja das ist schon alles richtig so du fährst hier hin zurück jetzt das ganze werkzeug aus eure stadt wächst und gedeiht ach so weil sie zu mir jetzt 100 einwohner ich wollte gerade sagen wächst und gedeiht ist doch viel zu andere zeit zack so überprüft eure handelsrouten er ruft nicht noch eine erzschmelze zack da kommt noch eine werkzeuge schmitte sind mangelware stoff sind mangelware es fehlt an stoffen ok habt ihr nicht gold geliefert der hat extrem viel wolle hier warum hast du super viel wolle überprüft eure handelsrouten es fehlt an stoffen ja ich arbeite dran bauen mal bitte eine weberei dahin das ist nicht ausreichend stoffe doch was ist mit dem transporter los es fehlt an stoffen überprüft eure handelsrouten warum nimmst der der sollte 100 tonnen stoff mitnehmen es fehlt an stoffen der nimmt das stoff nicht kriegst du ja noch zwei davon euch den stoff auftrag keine ahnung was euren einwohnern die baumaterialien entzogen da falsch läuft zack zack gibt ihm so fehlt an stoffen ich kann dir nicht erklären woran das liegt keule jetzt dürft ihr euch auch wieder ausbauen nachdem die versorgung sichergestellt wurde überprüft eure handelsrouten warum das überprüft eure handelsrouten ja gold ah ein vulkan hat ja das zerstört cool eure nahrungsvorräte gehen zur neige sweet noch mehr nahrungsprobleme es fehlt an nahrung überprüft eure handelsrouten kann ich irgendwo noch was bauen ich finde es auch total praktisch dass blikane hier ausbrechen so ein blödsinn der nahrungsvorräte gehen zur neige ich muss überprüft eure handelsrouten ich habe hier keinen platz mehr auf den inseln ja eure nahrungsvorräte gehen zur neige ja ja es fehlt an nahrung was hat er da sieht es mir nichts was ich nicht schon weiß es fehlt an nahrung dass man dem typen nicht den saft abdrehen kann es fehlt an nahrung du brauchst werkzeug dafür alles klar es fehlt an nahrung ich kümmere mich gerade darum ich gehe mir nicht auf den sack eure nahrungsvorräte gehen zur neige überprüft eure handelsrouten ich sag doch geht mir nicht auf den sack eure nahrungsvorräte gehen zur neige ach so lull der goldstollen war alle es fehlt an nahrung ah der ist durch den vulkanausbruch zerstört worden der goldstollen oh mein gott wer hat das ding erstellt das funktioniert ja so kacke hi schiff eure nahrungsvorräte gehen zur neige ich gehe mal erkunden ganz rechtes holz nicht mehr überprüft eure handelsrouten es fehlt an nahrung die ressourcen dieser insel sind erkundigt ich bitte sagen dass ich hier gold herkriege eure nahrungsvorräte gehen zur neige wie ich bereits erwähnte arbeite ich daran spiel und jetzt halt die klappe du dummer sparen muss ich eigentlich auch noch mal fische hätten hinstellen ja okay die sparten wollen wieder geld haben hi die ressourcen dieser insel sind erkundet kein gold kein gott für mich das heißt ich kann gar nicht mehr gewinnen was ist das wer hat das designt welche idiot hat die kacke designt hat die kacke designt Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Alter, es... Ich habe mir jetzt zu sagen, dass ich hier überall Nahrung anbaue. Kann ich doch auch nicht spielen. Das siehste Spiel. Ja, da kriege ich kein Gold mehr. Ich habe kein Gold mehr. Ich kann gar nicht mehr gewinnen. Weil der Schmucke irgendwann alle sein wird. Kann ich abreißen, meine Goldschmieden. Danke. Und jetzt hast du auch schon keinen Sinn mehr. Schlappack und Geld sparen. Das funktioniert wieder viel zu lange, aber es ist mir scheißegal. Hi. Wie schnell fressen die das Zeug bitte auf? Habt ihr gerade gesehen, wie schnell das Zeug leer geht? Es fehlt an Nahrung. Oh mein Gott. Das ist einfach... Oh ja, euch habe ich noch nicht angeschlossen. Das sind zwar alles nur Tropfen auf dem heißen Stein, aber zusammen... Es fehlt an Nahrung. Ich kann diese 50.000 Fische, die ich die ganze Zeit baue, eventuell auch irgendwas ausrichten. Schafft mehr Schmuck heran. Ja. Überprüft eure Handelsrouten. Äh. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Nahrung. Überprüft eure Handelsrouten. Ich produziere bereits Nahrung bis zum Abwägen. Da könnte ich auch noch Nahrung anbauen. Aber das ist alles später und morgen und ich weiß auch nicht mehr. Ja. Ähm. Genau. Ich werde nochmal ein separates wie machen zu machen. Wegen Empire Wars. Werde jetzt aus der Projektliste löschen müssen. Es funktioniert einfach nicht stabil genug, das aufzunehmen. Ich meine, früher hat das stabil funktioniert. Ja. Ähm. Ich sagte, früher hat das stabil funktioniert. So, zack. Danach durfte ich immer noch happy sein. So. Genau. Jetzt kommt da auch ein Werkzeug schmiedet. So, ja, ähm, das war's dann aber mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein und tschüss.